Wann ist der Zahltag der Rente im Monat Mai 2024? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, es ist Tradition auf dem YouTube-Kanal Rentenbescheid24.de, dass wir Ihnen jeden Monat sagen, wann der Zahltag der Rente für den jeweiligen Monat ist. Und das machen wir natürlich auch für den Mai 2024, der Wonn im Monat Mai. Es strahlt ja überall die Sonne in Deutschland, zumindest am 16.05.2024. Sieht das wirklich ganz gut aus in Deutschland mit der Sonne. Und deswegen möchte ich Ihnen auch nochmal sagen, wann der Zahltag der Rente im Monat Mai 2024 sein wird. Also schauen wir uns das mal ganz kurz auf der von mir vorbereiteten Folie an. Wichtig natürlich wieder für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, 21 Millionen haben wir. Es werden über 25 Millionen Renten ausgezahlt. Zahltag Rente im Mai ist der Freitag, der 31. Mai 2024. Das ist der letzte Bankarbeitstag im Monat Mai 2024. Ich hoffe, dass ich das auch richtig recherchiert habe. Die Kalender habe ich mir genau angeguckt. Am 31. Mai ist auch kein gesetzlicher Feiertag, kein bundesweit geltender gesetzlicher Feiertag, sodass Sie hier Ihre Rente hoffentlich dann auch pünktlich ausgezahlt bekommen. Ich habe bis heute seit zehn Jahren noch nie einen Rentner oder eine Rentnerin gehört, oder die haben mir noch keine Nachricht geschickt, wo das mit der Rentenzahlung nicht geklappt hat. Das soll natürlich nicht heißen, dass es nicht Probleme geben könnte im Einzelfall, aber im Großen und Ganzen läuft das eigentlich ganz fluffig. Also, Zahltag für den Rentenmonat Mai am 31. ist klar. Für die Leute, die Ihre Rente nachschüssig bekommen, das sind die meisten von den 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern, die bekommen für den Rentenmonat Mai am 31.05. die Kohle sozusagen nachträglich gezahlt oder nachschüssig gezahlt und für diejenigen, die ihre Rente vorschüssig bekommen, das sind die Leute, die schon eine Rente vor dem 1.04.2004 bekommen, die bekommen ihre Rente am 31. Mai 2024 gezahlt für den Rentenmonat Juli, also vorschüssig. Das heißt also, die bekommen schon vorschüssig ihr Geld gezahlt, aber die Leute werden immer weniger. Ich glaube, so in 10, 15, 20 Jahren gibt es nur noch nachschüssige Rentenzahlungen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es eigentlich gewesen sein. Der letzte Bankarbeitstag im Monat Mai ist der Freitag, der 31. Mai 2024. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und schauen Sie einfach mal am 31.05. auf Ihr Bankkonto. Ich hoffe und ich bin mir fast sicher, dass Ihre Rentenkohle da pünktlich auf dem Konto liegen wird. Ciao! Ich wünsche Ihnen doch keine Arbeit. Vielen Dank.